so also das hier war eine wand zum einschlagen wo ich jetzt gerade drinstehe also zwei also dort durch die suppe durch da ist er noch zu bei dem roten man geht durch die türkisfarbene hellgrüne suppe durch und da bei dem ding da muss man hier über die von da hinten an die schwingstange springen und herauf schwingen und dann hier die wand einhauen hier und dann haben wir weitergehen so und das ist dann doch dann komme ich da rein also war so ein grünes zeichen zum wand einschlagen was 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 so und jetzt ist da hinten ist ein ding das ist doch mal die flotte tante hier und jetzt haben wir hinten das ding jetzt sind wir wieder in der sucht da sind wir reingekommen so und jetzt wo geht es jetzt weiter da unten in der suppe da runter jetzt so wie da ist der schlüssel die strahlenschutz anzug dann da als immer ein zimmer bei der ich kotz gleich geheimbegegnung kommen rein jetzt sind wir bei der geheimen die geheimen die gs die sind die die soll ich sie umhauen und die äh fehlgeschlagen wieso ist die fehlgeschlagen? nicht kotze, gleich da ist ein Hymnus äh, wieso ist die fehlgeschlagen? dann können wir es gleich nochmal machen aber wir haben ein Hymnus nicht kotze, ich nicht aber wir suchen doch nochmal nochmal wir sind und и die die wir sind und them und 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 die nicht noch nicht mehr, sonst war da nix mehr, gell, außer dem Hymnus, wo geht's da hin? Ach, wie sollen wir das machen? Erikanone, Plasmagewehr. Ich würde sagen Plasma. Abgeschlossen, ich kotze geil. Ich kotze geil. Abgeschlossen, schloch, schloch. Da ist die Dreaderwand. Was macht die? Ach, da ist der Drecksschlüssel. Oh, ich kotze jetzt, kotze ich. Sie haben jetzt Zugang zur Herzkammer. Ich kotze geil. Ich glaube, jetzt geh ich da rein. So. Jetzt haben wir das. Warte, da ist noch ein extra Leben. Ich kotze geil. Wo ist denn der Drecksschlüssel? Nee, da komm ich nicht rein. Ah. Warte. Der ist auf der anderen Seite. Warte, 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 warte. Kommt da rüber, warte. Kommt da rüber, warte. So, entschuldige. Entschuldige, bitte nicht da rufen. So, jetzt haben wir den ganzen Dreck hier. Jetzt, äh. Äh. Das da unten haben wir auch. Jetzt hab ich den da unten. Jetzt komm ich nicht mehr raus. Müsst du da rauf, oder? So, ich komm wieder raus. Die Ecke haben wir jetzt aber. Komm her, oder? Ich mach das halt noch fertig. Ich mach das halt noch fertig. Mag nicht mehr. Komm vorausschuldigung. Schieße beide geheim. Na gut. So, jetzt können wir in die rote Kammer rein. Das ist jetzt gewesen. Gott's gleich. Ah. Wie bitte die Welt. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Da unten. Was gibt's da? Jetzt bin ich da unten. Das grüne... Der grüne Kreis ist so ein Teleporter, oder? Und sonst gibt's da nix mehr. Ich mag nicht mehr. So, jetzt bin ich wieder oben. Wo oben? So, jetzt bin ich wieder oben. Da. 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 Jetzt haben wir die Ecke auch. Abgehen. Nudelt. Nippelt. Hm. Anzug. Drei. Pünkte. Da. 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 Das braucht man alles nicht. Das braucht man alles nicht. Ne. Arsenal. Äh. Auch bloß drei. Oh mein, oh mein, oh mein. Chaingun. Die lassen wir jetzt mal, oder? Kein Wetter dazu. Die lassen wir jetzt mal. Und jetzt gehen wir... Jetzt haben wir die Ecke weg, oder? Ich kann nicht mehr. Also, wie gesagt, da hinten, da war... Da wo das Ding ist, da muss man ja hier oben die Wand einhauen. Da. Da. Schau her. Da. Da muss man hoch springen und dann das Grüne einhauen. Dann kommt man da rein. So. Jetzt gehen wir da rein. Da ist jetzt... Äh... Ist da noch irgendwas... Da komm ich immer noch nicht rein. Da. Da. Da muss jetzt noch der anderen... Ähm. Andern Seite. Was ist das? Warte, da ist noch irgendwas. Ne. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Und ich muss jetzt nur das Ding kaputt schießen, oder wie, oder was? Der Generator ist inaktiv. Aktivieren Sie zwei nahe Kontrollterminals, um den Strom manuell komplett wiederherzustellen. Aha. Ich entriegere den linken Terminalraum. Ich kotze gleich. Warte. Gucken, dass das da nichts ist. Warte. Ne. Da müssen wir jetzt nur das Ding machen. Oh. 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 Ach, dann geht das Ding kaputt. Achso. Und dann kommen wir überall rein, oder? Oh. 50% Strom wiederhergestellt. Jetzt müssen wir das da drüben. Warte, entschuldige. Da hinten ist auch noch was. Da unten, oder? Da unten. Warte. Wo? Da drüben. Da, da ist nichts, oder? Es ist mir nicht möglich, diese Tür zum zweiten Terminal zu öffnen. Suchen Sie einen alternativen Weg. Ich kotze gleich. Da ist nichts, das läuft... Oh. Was ist da? Fragen Sie nicht, was Sie für sich tun können. Ja, Auto. Äääääääääää. Warte, was... Automaps, ey. Shit. Automaps, ey. So. So, jetzt gehen wir da rein, da ist sonst nichts mehr, jetzt gehen wir da rein, da ist ein Ding, da ist es zu. Da ist ein Ding, nee, abkomm, oh nee, abkomm. So, da sind wir, da komm ich nicht rein. Wieso komm ich da nicht rein? Ich kotze gar nicht. Da sind wir reingekommen. Ah nee, wo geht es da hin? Nirgends. Da muss ich, warte, da muss ich, warte, da muss ich, was ist denn? So, immer das schon. Und jetzt. Oh bitte, jetzt bin ich wieder da rein, ich kotze gleich. Jetzt bin ich wieder da rein. Und 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 jetzt bin ich wieder rein. Oh, wie ist denn das? Ich muss so ein Dreck Sim wieder fortmachen. Wie ist denn das? Ah, bitte! Da ist der Captain Wound, oder? Echt? Ich muss da hinten! Ich vorstelle jetzt hoch... ich muss da hinten irgendwas rauch oder so, warte da hinten geht nix irgendwie ne da unten, was war da unten wieder da bin ich tot ach schon, da bin ich tot ach da unten, da bin ich tot wo muss ich hin da über mir, ne, da muss ich rein da ist die Kletterwand da hinten irgendwie da, die sollen da hinkommen die sollen da raufkommen dann komm ich nicht rauf so, jetzt bin ich kaputt wie soll ich da raufkommen ach da ist die Springstange, warte und wie komm ich an die Springstange ich muss hier irgendwie rauf, warte ich muss hier irgendwie rauf so, die soll da, wie soll ich nicht so, da ist er von mir so, das ist aber schön so, das ist aber schön so, ich brauche ich brauche mal weg hier ach da wäre ein Ding gewesen, was da rein jumpen müssen ach so da in das Loch rein da in das Loch rein, aber dann schnell nach vorn jumpen und dann hätte man da in das Ding rein müssen und dann wären wir jetzt da aha und jetzt sind wir da jetzt bin ich wieder da oder nicht nee jetzt bin ich oben und was mache ich hier das Totem zerstören und jetzt jetzt muss ich über die Springstange da hin die Ecke haben wir da oben ist ach so, nee, da komm ich bitte komm, ich mag nicht mehr jetzt sind wir da über die Springstange da ist ein Ding ich mag nicht mehr jetzt haben wir das Ding jetzt müssen wir das Ding da reinhauen so, jetzt können wir da rauf jetzt können wir da rauf was ist denn da los nichts mit Soße äh, ich muss da rauf das ist so dumm muss ich da rüber rein oder wie? nee, das geht nicht wieso geht das nicht für was habe ich denn den Drecks Ding dahin gebaut hier, für was ist der? für was ist der? für was ist der gut? für was ist das Ding gut? ich kann da rein, aber da geht's nicht weiter ich muss da drüben rüber über die zwei Dinger, oder? ich muss da drüben rüber über die zwei Dinger, oder? ich muss da drüben rüber da ist ein Bürostuhl ich kann's geil da ist die Autobahn ah, nee das ist ja wie in in Evil Miss Inn hier, hallo äh, jetzt müssen wir da rein da ist ein Kletterwand warte da ist ein Kletterwand 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 ja, Quatsch, nicht lang da müssen wir da rein jetzt geh ich da rein jetzt geh ich da rein da geh wir da rein jetzt nehmen wir das Ding ähm, will ein Rune warte, das haben wir schon, oder? äh äh sagen wir das äh 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 jetzt haben wir das äh 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 jetzt gehen wir da ein rollstuhl was ist da hinten? warte, da hinten ist es ne, da hinten ist auch noch was äh jetzt müssen wir erst da rein komm die chain gang macht gar nix hier oder wie? so, jetzt sind wir schon wieder bei der Suppe hier, komm her, also da sind wir reingekommen, dann da ist ein blauer, der blaue Schlüssel wie komme ich da hin? gar nicht, durch die Suppe warte, da unten ist die Suppe und da oben ist aber noch ein Hymnis, warte da komme ich nicht rein, zum Hymnis komme ich nicht rein da ist die Kletterwand, da komme ich nicht hin da ist der Streuen, Streuen, Schutz und so ich muss jetzt da in die Suppe runter, rechts in die, geht nicht da ist ein Ding ich kotze, geh, jetzt geht alles auf, jetzt komm ich da rein du sollst da sind wir da beyerpunkt, rechts oh ne und da rechts komme ich jetzt immer rauf, warte da, 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 da da sind wir rein gekommen da drin ist ein Ding, ich könnte da hin kommen wir nicht hin mag nicht mehr, das ist so dämlich für das Spiel das Ding haben wir da geht's auch weiter da geht's auch weiter da unten rum ist ein Sprugbett da ist ein Sprugbett sind wir da, wo sind wir jetzt sind wir wieder da, oder wie hä jetzt bin ich wieder da wo komme ich denn da hin wo ist der Waderhof? was habe ich das zu Da ist ein Ding, jetzt warte ich da mal ein Ding, komm ich wieder hin. Ich mach jetzt nicht mehr. So, mei, mei, entschuldige, ich mach nicht mehr. Du, die Kletterwände da, ja, 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 ja. Da ist die Götterwand. Jetzt haben wir die Ecke, oder? War da nicht noch ein Fragezeichen? Warte, da unten ist ein Fall. Jetzt haben wir die Ecke. Okay, Alberti, fertig. Jetzt gehen wir da rein. Ich hab doch jetzt den drecksblauen Schlüssel so. So, das haben wir. Jetzt gehen wir da rein. Und da hinten unten ist ein Hundes. Oh, bitte. Jetzt müssen wir wieder in die Suppe rein. Da war sonst nix, gell? Jetzt müssen wir wieder in die Suppe rein. Da komm ich nicht rein. Ach, das ist jetzt von der anderen Seite, oder? Nee. Nee. Was ist das? Nee, das ist jetzt... Wie komm ich nicht mehr? Ich mach nicht mehr. Ich kann da drüben rüber jumpen. was ist das? Ja. Was ist das? Ich bin ein Mann. I'm going on this dreck Stinkin bin ich wieder oben ich kotze gleich kommen wir da wieder irgendwo ach komm ich morg nicht mehr ich morg nicht mehr na gut da komme ich nicht raus und da unten komme ich auch nicht rein da muss ich irgendwie von der lava da drüben das von da irgendwo da ich morg nicht mehr na gut wir werden es hier 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 Nein, hier ist es hier nicht. Ich kann nicht mehr, was steht da, Madonna? Oh, komm! Jetzt muss ich doch mal bei den blauen Schlüssel reinkommen. Und jetzt? So. Ah, da ist es jetzt... Achso. Jetzt geht es da unten auch? Da, ich hoffe. Ich brauche jetzt nicht. Jetzt müsst ihr auch reingehen, oder? Ne, geht es auch nicht rein. Ah, da muss ich erst das Herz kaputt machen, oder? So, jetzt bin ich wieder völlig falsch. Hehehe. Jetzt bin ich wieder völlig falsch. Gut, jetzt hier, da ist ein Slayer-Tor. Wie komme ich denn da jetzt... Warte, da muss ich da rüben rüben rüber. Oder? So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt mache ich das Ding da. Achso, da brauche ich erst ein Schlüssel. Wo ist der Trick? Schlüssel? Ach, der war... Ach, der ist euch kotzt, gell? Ach, da ist ein Ding. Da komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein. Wieso komme ich da nicht rein? Da komme ich rein. Die auch nicht. Bitte, da komme ich auch nicht rein. Bitte nicht anrufen, jetzt muss ich wieder oben rauf, jetzt brauchen wir, ich muss da drüben noch die Schlüssel einsetzen, oder? Muss ich zuerst noch das Herz umhauen, oder? Warte, ich muss zuerst noch, oder auch nicht, da ist doch alles, ich aktiviere die Energieversorgung, das haben wir noch nicht gemacht, ich kotze gleich. Gut, Freunde. Ich will da oben rauf. Wo war denn die, wie ging das da oben? Ja. 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 gut ich höre jetzt habe ich auch immer dabei der herzkammer damit hätte ich irgendwie noch was oder wie oder was hatte da unten was ist das ist jetzt auch schon wieder los ich höre jetzt auch da hinten ist doch eine kletterwand warte da hinten ist doch nur eine kletterwand da pumpt doch irgendwo das herz jetzt warte manchmal muss man der evolution einfach einen schuss geben da ist doch nicht weg da aber innen oder wie da unten ist auch kiese hätte ich da unten warte ich muss noch mal da unten runter jetzt warte muss noch mal da unten runter irgendwo jetzt warte komm ich jetzt da runter wieder na gut lassen wir das jetzt mal so im raum stehen dann höre ich halt auf auf ok